Hallöchen, meine Lieben, herzlich willkommen zur Tagesbotschaft für den Donnerstag. Hoffentlich gibt es kein Donnerwetter. Wir schauen mal, liebes Universum, was haben wir denn hier für eine Grundenergie? Da fliegen, oh, ein Neuanfang. Uh, Heidewitzka. Hier geht es rund. Und wir haben das Herz, die Lilien und das Kind. Entweder wird jetzt hier Tschengele Mengele gemacht und der eine oder andere erfährt, da ist was in the making. Oder es geht einfach jetzt mit Feuer und Flamme und Harmonie in einen kraftvollen Neuanfang. Ja, passend zum Neumond, der am Mittwoch stattgefunden hat. Neumond im Stier. Eine sehr schöne Energie gewesen. Ich habe dazu auch einen Neumond-Orakel gemacht. Und wir gucken mal. Wir haben den Eremit. Und Selbstfindung, Klarheit und Wahrheit liegt hier in dir. Sehr gut. Was kriegen wir denn noch? Du bist die Wertkönigin, unabhängig, klug, frei, selbstbewusst, sehr aktiv. Sprichst natürlich auch mal die harten Worte, aber auch die notwendigen Worte aus, wenn dich jemand um Rat bittet. Das Wichtigste ist aber auch, hör auch auf deine eigenen Ratschläge, ja. Nicht nur verteilen, auch selber draufhören. Wir haben sogar noch Mr. Feuer hier mit an Bord. Stab König, das Feuer des Feuers. Ja, im Übrigen ist das auch eine Zeitqualität, die sehr unklar ist, aber schnell reinkommt, wenn alles geordnet ist. Ja, könnte auch eben für so einen Stab König stehen, für eine Gegenüberenergie, wenn es darum geht, dass ihr aufeinandertrefft. Ja, unklar, aber wenn alles geordnet ist. Sprich, wenn du endlich in deinem Herzen wieder angekommen bist. Wenn du endlich wieder Vertrauen in deine Emotionen hast. Wenn du endlich wieder, ja, dir auch gestattest, dich tatsächlich komplett frei zu verlieben und nicht in irgendwelchen Abhängigkeiten zu sein. Genau dann wird hier eine Begegnung stattfinden mit jemandem, der sehr dynamisch ist, sehr willensstark ist. Jemand, der, ja, auch kreative Ideen hat. Und, ja, für diejenigen, die auf einen Mann schauen, kann das natürlich auch der Mann des Lebens sein. Auf jeden Fall ein wichtiger Mann. Denkt immer daran, Mann des Lebens heißt nicht unbedingt, dass dieser Mensch bis an dein Lebensende mit dir geht, aber etwas ganz essentiell Wichtiges in dein Leben bringt. Wir sagen es mal so, der Mensch des Lebens. Ja, großer Umbruch zeigt sich jetzt hier gefühlt schon in den Karten. Zwei der Kelche, die sind aber sehr, sehr komisch rausgeflogen, aber da dreht sich auch noch was um. Interessant. Zwei der Kelche auf dem Kopf und die Zwei der Stäbe. Hm, wir haben hier das Thema Wunschbild, Misstrauen, das verschlossene Herz und die Unentschlossenheit, das Unsichersein, das Stehenbleiben und Angst davor, den falschen Schritt zu machen. Aufgrund der Verwirrung über die Möglichkeiten, beziehungsweise auch aufgrund der Tatsache, dass dieser Mensch, ich sag's ja, Mensch des Lebens, hier eine Thematik triggert über eine verlorene Beziehung. Ja, die Lilien wollen ja Harmonie herstellen. Ja, die Lilien, da knüstert es doch ordentlich. Ja, hier soll losgelassen werden. Acht der Kelche. Es ist ja ganz oft so, und das ist mir auch schon in den Legungen aufgefallen, wenn zwei der Kelche vor den Acht der Kelchen fallen, dann ist hier auf jeden Fall noch eine Altlast, eine alte Beziehung, eine alte emotionale Thematik noch nicht losgelassen. Ja, und hier heißt es wirklich auch sich befreien. Hm, vielleicht ist es aber auch das Gegenüber, was sich hier noch befreien muss. Wir fragen mal rein. Bitte ein Ja für dich und ein Nein fürs Gegenüber. Wer muss denn hier loslassen? Ritter der Stäbe ist ein Ja. Also ein Ja für dich. Du, liebe Seele, darfst jetzt in die Zukunft schauen. Ja, ich sag ja, hier geht es auch ein bisschen mit noch weiterhin um Selbstfindung. Ja, du bist definitiv ready to go, aber im Moment der Begegnung denkst du dir nur, oh, what the fuck, was geht hier ab? Ja, was soll das jetzt? Warum macht es Boom? Und das Ding ist ja auch, mit Herzvisionen geht ja auch irgendwo ein Wunschbild einher. Und vielleicht ist das Gegenüber gar kein Wunschbild von dir. Ja, das kann durchaus eben auch für Unentschlossenheit stehen und auch für Zögern letztendlich sorgen, weil du Angst hast, vielleicht auch, wie sagt man es am besten? Ja, wieder beherrscht zu werden, dominiert zu werden. Vielleicht ist Dominanz ein Thema bei dir. Ja, irgendwie sowas in der Richtung. Wir schauen mal weiter. Das Kind folgt dem Tod. Nein, Spaß. Aber der Tod steht ja auch für einen Neuanfang, aber eben auch für die Beendigung eines Lebensabschnittes. Ja, für die tiefe Transformation und für deine Kraft, für deine Leidenschaft, für deine Emotionen, für, ja, für deine Kontrolle. Und darum geht es ja letztendlich auch, ne? Kontrolle auch über die Emotionen wiedererlangen, dir zu erlauben, dich zu verlieben. Das heißt, dieser Mensch kommt rein, um dich tatsächlich zu testen. Lässt du dich jetzt fallen? Ja, genau. Ich wollte eigentlich was ganz anderes sagen. Lässt du dich jetzt fallen? Erlaubst du dir wirklich, dich komplett frei zu machen und zu verlieben? Das ist hier die große Frage der Fragen. Lässt du dich jetzt fallen? Wir haben das Ast der Stäbe. Das heißt, dieser Neuanfang erfordert natürlich auch deine Initiative. Ja, hier ist die Gelegenheit, die Geburt, der Neubeginn. Ja, also hier ist drei Karten auf Neubeginn gepolt. Und das heißt natürlich auch, dass du jetzt mit der Erkenntnis dessen, dass du dich fallen lässt, ja, komplett frei machst von irgendwelchen Vorurteilen, Wunschbildern, Zweifeln, whatever und wirklich mutige Schritte nach vorne gehst. Du hast die Wahl. Zwei der Münzen. Zwei, zwei, zwei. Du bist alleine für deinen Wandel verantwortlich. Du bist dafür verantwortlich, welchen Dingen du in deinem Leben Aufmerksamkeit schenkst. Du bist dafür verantwortlich, wie dein Ausgleich ist. Sprich, was setzt du rein? Und vor allen Dingen, du bist auch dafür verantwortlich, Verantwortung zu übernehmen und nicht mit deinem Leben zu jonglieren. Darauf zu warten, dass irgendwas kommt. Kartenleger zu fragen, wie geht's weiter? Ja, sondern einfach mal machen zu lassen. Ja, kostet mich das Kunden? Natürlich. Ist mir das egal? Ja. Ganz viele Fragen des Lebens könnt ihr euch selber beantworten. Und ganz viele Fragen des Lebens werden in der Regel beantwortet, wenn ihr mutig seid. Ja, weil denkt immer dran, auch eine Kartenlegung ist kein goldener Weg. Wenn du hier zwar entschlossen bist, aber nicht vorwärts gehst, dann ist diese Legung eh obsolet. Ja. Wir schauen weiter. Der Turm, Druckentlastung. Ein wichtiges Ereignis sorgt hier für einen Zusammenbruch. So bist du auch in der Lage, hier deine seelischen Wunden dir anzuschauen. Neun der Stäbe, ja. Deine Kräfte wieder zu sammeln. Ängste abzubauen. Ja, die letzte Verteidigung, aber auch den letzten Schubser, den du vielleicht noch benötigst, um dich in das neue Abenteuer zu stürzen, um einfach auch die Verletzungen der Vergangenheit endgültig ad acta zu legen und die Schutzhaltung runterzunehmen. Ja, damit du deine Motivation wiederfinden kannst, dich besinnen kannst und dir eben auch die vielen Möglichkeiten, die du hast, eingestehen kannst. Ja, du bist verwirrt über die Möglichkeiten, aber genau diese Möglichkeiten passieren in dem Moment, wo du dir Klarheit und Wahrheit verschaffst. In dem Moment, wo du dir wirklich auch wieder erlaubst, in deine Emotionen einzutauchen. Weil plötzlich verändert sich dein Sichtfeld und aus diesem kleinen, eingekümmerten Etwas, was überhaupt keine Hoffnung mehr hatte, fallen dir auf einmal so viele Optionen vor die Füße, so viele Menschen vor die Füße. Du musst dich nur dazu fallen lassen. Und dich für einen dieser Menschen entscheiden. Ja, so einfach ist das. Ast der Schwerter. Die Schwertkönigin bekommt den Durchbruch, würde ich mal fast sagen, ja. Hier wird Wahrheit und Klarheit gefunden. Hier erkennst du auch die Wahrheit dieser Situation. Das ist dieser Aha-Moment. Und damit kann natürlich hier auch eine neue Kommunikation festfinden, stattfinden, genau. Und du kannst hier mit einer frischen Herangehensweise an die Angelegenheit rangehen. Ja, dein Bewusstsein wird gesteigert. Ich habe hier gerade schon das Ast der Kelche auf der Unterseite gesehen. Mal gucken, was wir hier noch bekommen. Ich hätte gerne noch drei Karten. Ja, der Hierophant. Wir haben hier so viele große Arcane liegen. Transformationsenergie Deluxe. Der Hierophant will meistern. Der Hierophant appelliert auch an dein Vertrauen. Ja, Vertrauen in dich selbst. Vertrauen in deine Angelegenheiten. Vertrauen auch natürlich vielleicht in die Liebe. Hier kommt Beschleunigung rein mit den Acht der Stäben. Und was kriegen wir hier zum Schluss? Das Umdenken. Ich würde auch fast sagen, ein bisschen mentale Kapitulation. Ja. Fünf der Schwerter. Ja, ist einfach die Möglichkeit, hier die Wände einzuleiten. Aus der Vergangenheit zu lernen. Und dir vielleicht auch ein bisschen das Thema Ego anzuschauen, sodass du eben nicht mehr rückfällig wirst in deine alten ängstlichen Seiten, die dich davon abhalten, etwas unglaublich Schönes zu erleben. Ganz egal, wie lange ihr zusammen geht, das ist völlig irrelevant. Lebt den Moment und nicht die Sorge.